Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Heute, Fische, hast du vielleicht mit einem Gefühl der Anspannung und Unzufriedenheit zu kämpfen, das auf die aktuelle Situation in deinem Leben zurückzuführen ist. Du fühlst dich vielleicht gelangweilt und sehnst dich nach etwas Aufregenderem und Erfüllenderem. Den Morgen könntest du in Tagträumen verbringen, während du über extravagante Ideen nachdenkst, wie du dich aus der monotonen Routine befreien kannst. Vielleicht stößt du bei deinen Träumereien auf ein Konzept, das nicht nur deine Fantasie beflügelt, sondern auch eine realistische Option zu sein scheint. Nimm dir in den nächsten Tagen etwas Zeit, um diese Idee sorgfältig zu prüfen, sie könnte die Veränderung sein, nach der du gesucht hast. Jetzt ist eine Zeit, in der dein Instinkt dein Handeln leiten sollte. Diese innere Stimme, die oft als stille, kleine Stimme im Innern, bezeichnet wird, kann eine unschätzbare Quelle der Weisheit und Orientierung sein. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, tagsüber Yoga zu üben, und dann festgestellt, dass dir die Motivation fehlt, wenn es soweit ist? Sprich mit einem Freund oder einer Freundin und nehmt euch gegenseitig in die Pflicht. Auf diese Weise ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du einen Rückzieher machst, und du stärkst die Verbindung zu deiner inneren Stimme. Je mehr du diese innere Führung pflegst, desto stärker und zuverlässiger wird sie. Heute kannst du mit Stolz eine bedeutende Leistung feiern, so als hättest du einen Homerun geschafft. Also laufe die Bases mit Begeisterung ab und teile deine Freude mit deinen Teamkollegen und Unterstützern. Genieße das Schulterklopfen, aber vergiss nicht, dich zu revanchieren und die Beiträge der anderen zu würdigen, die dir zu diesem Erfolg verholfen haben. Es ist wichtig zu erkennen, dass Erfolge dieser Größenordnung oft das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung sind. Vielleicht entscheidest du dich heute dafür, eine langjährige Beziehung zu festigen, indem du einen tieferen Schritt nach vorne machst. Ob du deinem Partner oder deiner Partnerin einen Heiratsantrag machst oder deinen Wunsch zum Ausdruck bringst, die Bindung zu stärken, diese Entscheidung ist von großer Bedeutung. Auch wenn es eine gewisse Planung und Anstrengung erfordert, ist es ein äußeres Symbol für die wunderbare Harmonie und Verbindung, die du derzeit mit deinem geliebten Menschen teilst. Es ist eine Zeit, in der ihr eure Verbindung feiert und die Schönheit eurer Beziehung anerkennt, die ihr gemeinsam aufgebaut habt. Wie bereits erwähnt, ist dies eine besonders glückliche Zeit für dich. Die kosmische Ausrichtung bietet dir eine bemerkenswerte Gelegenheit, in vielen Bereichen deines Lebens große Erfolge zu erzielen. Ganz gleich, ob du dich auf deine Karriere, deine Beziehungen oder dein Privatleben konzentrierst, dein Potenzial, die größten Erfolge zu erzielen, ist auf dem Höhepunkt. Deine unerschütterliche Entschlossenheit und dein unermüdlicher Einsatz werden auf eine Weise Früchte tragen, die du dir vielleicht nicht vorstellen konntest. Ergreife die Chancen, die sich dir bieten, denn sie sind der Schlüssel zu deinen größten Erfolgen. Vertraue auf deine Fähigkeiten und behalte einen positiven Ausblick, denn diese außergewöhnliche Himmelsausrichtung verspricht, eine Zeit bemerkenswerter Erfolge und persönlicher Erfüllung einzuleuten. Heute findet eine Sonnenfinsternis im Zeichenwaage statt, die dir die einmalige Gelegenheit bietet, dich an andere zu binden und deine Verbindung zur Romantik zu vertiefen. Auch wenn dein Hauptaugenmerk eher auf persönlichen oder beruflichen Unternehmungen als auf der Liebe liegt, kann dieses himmlische Ereignis die Art und Weise, wie du deine Beziehungen wahrnimmst, intensivieren. Es bietet dir die Chance, Menschen aus der Perspektive zu sehen, die dir entspricht, und du kannst entscheiden, wie du sie als wichtigen Teil deines Lebensweges einbeziehen willst. Nutze diese Sonnenfinsternis, um Entscheidungen über deine Beziehungen zu treffen und deinen weiteren Weg zu bestimmen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hochdrückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Hierophantenkarte steht für Tradition, Spiritualität und die Führung durch einen Mentor oder eine Institution. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute vielleicht dazu hingezogen fühlst, Weisheit und Führung von traditionellen Quellen oder Institutionen zu suchen. Sie steht für eine Zeit, in der du nach Antworten in etablierten Lehren suchst oder den Rat eines vertrauenswürdigen Mentors einholst. Der Hierophant ermutigt dich, deine Werte und Überzeugungen zu ehren und gleichzeitig offen dafür zu sein, von denen zu lernen, die einen ähnlichen Weg vor dir gegangen sind. Er erinnert dich daran, dass die Weisheit in der Tradition und den Lehren anderer zu finden ist. Zusammen mit dem Hierophanten haben wir das Ast der Münzen. Diese Karte steht für eine neue Chance auf finanziellen oder materiellen Reichtum. Sie steht für eine Zeit des Wohlstands, des Wachstums und für das Potenzial eines Neuanfangs in deinem materiellen Leben. Das Ast der Münzen lädt dich dazu ein, diese Chance zu nutzen, indem du praktische Schritte unternimmst, um deine Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Es erinnert dich daran, dass Erfolg durch Hingabe und harte Arbeit erreicht werden kann. Als letztes haben wir die Königin der Stäbe. Diese Karte steht für Selbstvertrauen, Kreativität und ein starkes Selbstbewusstsein. Sie steht für eine Zeit, in der du dein inneres Feuer umarmen und deine Ziele mit Leidenschaft und Entschlossenheit verfolgen kannst. Die Königin der Stäbe ermutigt dich, an deine Fähigkeiten zu glauben und mutig und selbstbewusst an deine Vorhaben heranzugehen. Sie erinnert dich daran, deine Kreativität zu nutzen und sie als Quelle der Inspiration einzusetzen. Zusammen bilden der Hierofant, das Ast der Münzen und die Königin der Stäbe eine Kombination aus der Suche nach Orientierung, dem Ergreifen neuer Möglichkeiten und dem Verfolgen deiner Ziele mit Zuversicht und Entschlossenheit. Mach dir heute die Energie des Hierofanten zunutze, indem du Weisheit und Führung von traditionellen Quellen oder einem vertrauenswürdigen Mentor suchst. Sei offen für Neues und achte auf deine Werte und Überzeugungen. Verkörpere gleichzeitig die Energie des Ast der Münzen, indem du die neue Chance auf finanziellen oder materiellen Reichtum erkennst. Ergreife praktische Maßnahmen, um deine Ziele zu verwirklichen, und arbeite fleißig auf die gewünschten Ergebnisse hin. Schließlich kanalierst du die Energie der Königin der Stäbe, indem du an deine Fähigkeiten glaubst und deine Ziele mit Leidenschaft und Zuversicht verfolgst. Nutze deine Kreativität als Quelle der Inspiration und lass dich von deinem inneren Feuer leiten. Heute ist ein Tag, an dem du nach Orientierung suchst, neue Chancen ergreifst und deine Ziele mit Zuversicht verfolgst. Lasse dich von der Weisheit der Tradition leiten, arbeite fleißig an deinen materiellen Zielen und glaube an deine Fähigkeiten. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Zielstrebigkeit, des Überflusses und der Entschlossenheit bewältigen. Und sehr understandingríome damit, Mensch mit Haarne ist drei Kartenьяken. Wir sehen dich. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020